Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Guild Wars 2. So, in der letzten Folge sind wir stehen geblieben in Götterfels und das möchte ich doch heute mal in Angriff nehmen. Vielleicht kriegen wir es... Ach klar, das kriegen wir in Endparts, jetzt mache ich es ein bisschen länger. Ihr kennt das ja, bei den Hauptstädten bin ich da nicht so. Will ich das in einem Wusch-Wisch-Waschi weghaben. Ach so, und ich bin gerade noch im TS, weil wir vielleicht sehen können, die Zeit ist ein bisschen vorangestrichen. Ich komme direkt frisch aus der Dead-Island-Aufnahme und der Chrissy, der Gamers-Zock, ist auch noch im TS und der hat gesagt, Kathi, bitte bleib noch wach und da habe ich gesagt, okay, ich nehme jetzt eh noch ein bisschen auf und so weiter. So. Nur, dass ihr euch nicht wundert. Sonst bin ich so allein. Ja, ist schon schrecklich. Wenn du dann gehst, dann gehe ich weiter aufnehmen. So, ich wollte ja noch mal gucken, also diese Heilungen von dem Ele, die sind total alle für'n Arsch. Muss ich jetzt einfach mal so sagen. So, Eigenschaftspunkte. Was können wir denn da noch? Ne, das mache ich in der nächsten Folge. Ich habe jetzt keine Zeit dafür. So, wie viele Wegmarken und so brauchen wir denn? 13 Wegmarken, 21 Sehenswürdigkeiten und 6 Aussichtspunkte. Götterfels finde ich übrigens die schönste Stadt in Guild Wars, muss ich tatsächlich zugeben. Ist es auch. Ist, denke ich, auch mal die erste Stadt, die sie gemacht haben. Würde ich schätzen. Echt? Ich, also ich würde sagen, also ich würde sagen, das liegt daran, weil die Menschen ja so eine Königin haben und weil der, wegen der Königin muss das alles hier so ein bisschen ähm, kann man auch sagen, ja. klamouröser wirken und so weiter. Ach, das geht ja schon wieder gut los. Hüpf! Ich kann nicht hüpfen. Oh, Mellow! Das haben wir gleich. Moment. Na, oder auch nicht. Hm. Doch. Äh, nein, nein! Äh, ja. Vielleicht komme ich hier auch gar nicht hin. So wie ich mir da... Oh, ja. Oh, ich hasse Asura mit Springen. Echt? Jetzt aber. Ja, jetzt. Jetzt haben wir es ja. Ansehen. Sehr schön. Ich habe vergessen, die Musik anzumachen. Verdammt. Moment. Wartet. Ich lasse euch nur kurz den Augenblick genießen, voller Stille. Superschön, superschön. So, warte, sofort. Moment. Option. Music is the key. Mach mal an. Music is the key. Ich höre keine Musik. Wo hatte ich denn die Musik? Wo hatte ich denn die Musik? Nein, Musik is the key. Da gab es mal früher so ein Lied. Kennst du das nicht? Nee. Was kennst du eigentlich? Ähm, ich glaube, von Sarah Connor gesungen. Oder war das Musik is the key? Ach, keine Ahnung. Ähm, hier ist ein, oh, was ist das denn? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ach ja, da links. Hä, was ist das denn? Ich gehe hier wieder raus. Macht mir Angst. Nee, jetzt komme ich hier nicht mehr raus, oder was? Oh, dann port ich mich hin. Wir können jetzt hier mal ein bisschen Speed abholen. Genau das, was ich brauche. Danke. Wo müssen wir denn jetzt hin? Runter oder hoch? Runter, oder? Ich gehe natürlich hoch. Naja, wie soll es auch anders sein. Ach, das ist der Kronpavillon. Das sehe ich jetzt zum ersten Mal. So die Schrift. Was siehst du zum ersten Mal? Ich habe gerade leider nicht... Den Kronpavillon. Also auf der Karte sehe ich den das erste Mal. Echt? Ja, ich habe nie gewusst, dass der links ist. Links. Och, man, natürlich habe ich die Wegmarke jetzt nicht gekriegt. Weißt du, was das Schöne ist, Katja? Nee. Meine Eltern nerven mich nicht ständig, dass ich jetzt mal auszumachen habe. Wieso nicht? Ja, aber wieso nicht? Tja, weil ich es kann. Ach, das ist natürlich die Erklärung schlechthin. Hm. Wenigstens. Ja, ich weiß. Sowieso. Hier haben wir jetzt nix in dem Abschnitt. Dann können wir eigentlich nach oben. Und die Wegmarke holen. Und in der Mitte das ja. Nicht gleich schimpfen, das hole ich später. Habt ihr schon gesehen, dass da was ist? Das ist der hier nicht. Hä? Wie lange haben wir jetzt den Speed? Zwei. Nur noch drei Minuten. Muss ich mir gleich wieder erneuern hier. Was kann ich euch tun? So. Wieder fünf Minuten. Hm. Hm. Da ist wieder eine Wegmarke, die wird unten sein. Jetzt gehe ich diesmal auch runter. Oder die ist wieder da. Boah. Manchmal ist das hier echt Rätselraten. Wie kommt man da jetzt hin? Ich hab heute das große Fressen erledigt hier als Erfolg. Ach, echt? Ja. Das hab ich. Ich glaub, das hab ich schon. Max hat mir eine Stelle gezeigt, wo man sich so ein Food holen kann für 16 Bronze. Da hab ich mir klein mal 400 gekauft und gefressen. Ich hab mich überlegt, dass ich jetzt auch fünf Stunden hier dran sitze, ey. Na, der macht das doch nicht. Doch, doch. Muss ja. Muss ja. Muss ja. Wer verpflichtet dich dazu? Ich mich selbst. Ach so. Also, wenn ich keine Lust hab, dann hab ich keine Lust. Nee, schon, aber... Ähm... Du kennst mich ja einfach. Nee. Dann hab ich halt jetzt grad mal keinen... Echt nicht? Hab ich halt jetzt mal keine Lust und dann mal keine Lust und dann hab ich nie Lust und... Ja... Da kommt ja hinterher nie was zustande. Außerdem möchte ich ja jetzt auch das wirklich... Deswegen tue ich mir das gar nicht an. ...kommt hier, wenn ich was kommt. Mit dem Schneiden und so weiter. Echt, weil... Deswegen guck ich wirklich auf die Uhr und... Ja, weil das ist aber eigentlich zusätzliche Arbeit dann, die du dir selber machst. Aber ich schneide ja... Das hat mich verlaufen. Warte. Ich schneide ja, ähm... Gerade nicht die Parts zusammen. Sondern... Ich schneide Intro rein. Ich mach ja immer vor das Intro noch... Ja. Noch ne... Ne Stelle. Ja. Dann muss ich gucken in den Zwischensequenzen. Ähm... Da mute ich ja... Oder kann ich ja mein Kondensatormikrofon nicht muten. Da ist ja keine Mute-Funktion dran. Das heißt, da muss ich schon mal mein Geatme rausschneiden. Dann mach ich noch ein Endscreen, der will noch gemacht werden. Jedes Mal. Ähm... Was weiß ich was. Und das nimmt immer so viel Zeit in Anspruch. Aber gut, ich mach's ja auch gerne. Merkt ihr was? YouTube-Partner haben viel mehr Arbeit als ich. Ach. Ja. Ich muss es ja nicht machen. Ja, ich weiß aber... Ich mein, ich hab dich ja schon mal gefragt wegen so einem Intro und so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen... Ähm... Das ist jetzt auch nichts Böses gegen dich oder so. Aber das... Nee, ehrlich jetzt. Aber wenn in jede... Wirklich bei jedem Part, ähm... Den du dir anmachst... Mhm. ...ständig ein Intro kommt. Ähm... Also ist für mich persönlich jetzt nicht so toll. Also ich würde, wenn ich... Wenn ich ein Intro hätte, würde ich es wirklich immer nur am Anfang von einem Neuen machen. Von einem neuen Let's Play. Und dann wär auch gut. Schaff ich das nicht darüber? Ich weiß nicht. Ich find das... Ich find das eigentlich nur eine coole Sache, dass du erst einen Ausschnitt aus dem Video zeigst. Ja klar, das ist ja auch total, äh... Total... Wie willst du es sonst machen? Ähm... Nee, das ist ja auch total geschmackerabhängig, find ich. Ach, natürlich. Du kannst es eh nie allen recht machen. Ich meine, ich... Es ist jetzt bloß meine... Naja. Persönliche Ansicht? Wie komm ich da denn hoch? Nee, ernsthaft jetzt? Wie komm ich da hoch? So. Das ist vorgesinnt. Nee, so nicht. Habe ich irgendwo gefühlt. Das weiß. Ach ja. Was blinkt denn mein Teamspeak? Was? Fabi hat die Verbindung getrennt. Ah, cool. Ja, schon vor einiger Zeit. Halbem Stunde. Ja. Ach, jetzt. Ich bin da. Uh. Auch schön, einen Aussichtspunkt zu machen. Auf einem Friedhof. Akku fast leer. Oh, verdammt. Ich brauch doch aber für die Stoppuhr. Akku. Moment. Muss gut hier. Was in die Steckdose stecken und in mein Handy stecken. flupp. So. Ähm. Da. Und dann Trouble in Mineville hin. Aber Folge 3. Hey, hey. Was ist das eigentlich? Trouble in Mineville? Ja. Ähm. Ähm. Ja. Oder? Es gibt ja von Gary Smod, den du dir ja mal kaufen wolltest, ne? Den kauf ich mir auch noch hundertprozentig. Da gibt's den Spielmodus, den du so toll findest. TTT. Trouble in Terrorist Town. Jetzt find ich... Hä? Ne, ich hab gesagt, ähm, das Verstecken-Dingster, das find ich cool. Trouble in Terrorist Town nicht. Ja, aber gut, das ist das halt in Minecraft. Ah, okay. Trouble in Mineville, Trouble in Terrorist Town. Ich komm da nicht runter. So, hier. Hier komm ich runter. Da ist schon wieder der nächste Aussichtspunkt. Alter, wie komm ich denn da rein? Ich liebe sowas, wo du einfach nicht weißt... Ich wusste, warum ich Götterfels eigentlich die schönste Stadt halte, aber auch nur eigentlich. Erkunden tue ich das nicht gern. Ne, das ist ja echt... Das macht echt keinen Spaß, das Ding zu haben. Arschi. Ich hab jetzt übrigens mit meinem Waldläufer, ähm, alles wieder auf 100%. Und... Außer die WVW-Gebiete, die fehlen mir jetzt natürlich noch. Ah. Aber sonst hab ich jetzt meinen zweiten Charakter auf 100% Weltkarte. Naja, geht's ja. Ist das nicht schön? Naja, schon. Nein, nicht runterfallen. Uah. So, jetzt. Da ist irgendeine Instanz, garantiert. Ich muss irgendwo den Eingang der Instanz finden, dann komm ich an die ganzen Sehenswürdigkeiten ran. Wie Sie sehen, sehen Sie nix, außer Häuser. Und Schloss und Bog. Und Säulen. Sehr hübsch. Oh, mal ganz im Ernst. Wo ist die blöde... Wo ist der blöde Eingang für die Instanz? Kann ja nie so schwer sein. Da? Ist es dort da? Ne. Ne, links. Ähm, ja, nach links muss ich jetzt wieder. Das ist richtig. Ja, siehst du. Hm. Sowas hasse ich an Hauptstädten. Dass der echt so eine blöde Instanz erst öffnen muss, um dort reinzukommen. Ach. Ja, aber ich mein, wo ist der Sinn dabei? Also, ganz ehrlich. Hier haben wir so. Salma Viertel. Viertel. So. Alfons, der Viertel vor Zwölfte. Was? Kennst du nicht? Ne. Kann ja nie alles kennen. Was hast du gesagt? Alfons, der Viertel vor Zwölfte, den kennst du nicht? Achso, ne. Ne. Ach du Scheiße. Ja, ist schrecklich. Das ist genauso schrecklich wie die Halskette, die dann fehlt, wenn irgendwie mal Apokalypse ist oder so. Oder der Teddybär. Den ist das. Don't forget it. His name is Teddy. Teddy. Hey. Hier gehen wir noch hin. Oh, hier ist Wett. Wett trinken. Rülpser. Was? Rülpser bluffen. Mh. Okay. Haben die gespielt? Doch. Aber. So, super. Hier sind wir fertig. Können wir rausgehen. Noch fünf, noch elf, noch zwei. Naja, das wird mischt in 20 Minuten. Nein, ich hab eine vergessen. Oh. Wieder in die Instanz rein. Yay. Okay. Wir sind wieder mal ins Halmerviertel. Ach, so viel zu den 20 Minuten. So, haben wir jetzt alles? Ja. Sehr schön. Die Hüttenbiegung hat gefehlt. Na dann. Das ist natürlich auch äußerst wichtig. Ich war dann, ich war doch dort schon. Warum hab ich mir die Wegmarke Nikla mitgeholt? Ich finde das nicht in Ordnung. Du lenkst mich zu sehr ab, Chrissy. Ja, 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 ja. Äh, ja. Hast du ja eigentlich mal mein Outro und meine Outro-Musik angehört? Ja. Was sag ich dazu? Voll schön. Boah. Aber sowas, Mann. Was ist denn das für ein Lied? Hä? Was ist denn das für ein Lied? Kati, ich bitte dich. Entschuldigung. Beethoven, die fünfte. Nee. Ich sag's dir morgen, ähm. Ja, weil du es jetzt selber nicht weißt. Ja, ja, ja. Natürlich. Ich war 100%. Das sind die Richtschen. Hier lang. 100%ig weiß ich das. Okay. Sagst du mir morgen, also Sonntag? Na ja, Gott. Ja. Ach nee, heute. Heute. Na ja, heute bin ich nicht da. Heute Abend, da geh ich, äh, Krillen. Und zwar sag ich dir das... Äh, ja, wann, wann denn ungefähr? 18, 19 Uhr. Da bin ich nicht da. Na ja. Na ja, deswegen, deswegen sagst du es mir, ne? Weil ich da nicht da bin, deswegen sagst du es mir dann dort. Richtig. Das ist immer gut. Schnellreise nach Ebonfalke. Hey, da waren wir ja schon. Huhu. So, hier hat man dann auch alles abgeklappert. So, es gibt ja einfach in Götterfilz so viele Häuser, die man sich von innen auch mal betrachten könnte, weil die echt schön gemacht sind, muss ich sagen. Aber, das kann dann jeder für sich tun, wenn er sich dann das Spiel gekäuft hat. Gekäuft. Gekäuft. Also, eigentlich kauft man sich ja bloß ein Key und lädt das dann runter. Aber na ja, Fahrrad merken. Ah. He he. Oh, viele Bücher zum Lesen auch, unter anderem. Wer das denn gern möchte. Ich möchte es nicht. Ach so, gut. Oh, noch drei Level, Leute, dann können wir wieder unsere Hauptquist anfangen. Beziehungsweise weitermachen. Oh, was ist das denn? Mechanisches Orchester. Ja, cool. Ich habe eine Wegmark übersehen. Ich hasse es. Vor allen Dingen in dem Endscreen von der Folge 6 sieht man aus Folge 5 den Geiger spielen und das passt mal voll zu der Musik, Alter. Cool. Ich weiß zwar welcher Geiger und so nicht, aber ist ja auch egal. Naja. Irgendwann wirst du es verstehen. Ja, aber ich gucke mir, ich gucke mir nichts an. Ich habe jetzt bloß mal kurz reingeguckt. Ja, ja. Ne, weil ich will mich nicht spoilern. Ach so, ja. Weil ich das am 4., na gut, am 25., ne, am 25. auch noch nicht. Am 27., da ist kein Feiertag mehr. Dann suchte ich das durch nach Weihnachten. Echt. Da sieht man mich die ganzen Ferien erstmal nicht. Ich glaube, dann lege ich auch hier für YouTube eine Pause rein. Hey, ich will da rein. Oh, Instanz betreten, ja. Die Sackgasse. Ich bin immer auf der Klo, bis gleich. Oh ja, ja, tu das. Hä, habe ich jetzt die dumme Sehenswürdigkeit? Scheint so. Ein bisschen nervig ist das schon mit den Instanzen, dass man da wirklich extra hinreisen muss. Das ist so das, was ich... Ach. Wenn es mal eine oder zwei sind, okay, ja, aber... Aus der Dunkelheit unten hört ihr merkwürdige Gräuße. Stimmen die Geschichten über Lindwurmer in der Kanalisation am Ende doch? Verlassen. So, ey, da sind wir ja schon durch, wa? Die Runde. Cool. Coole Sache. Brauchen wir jetzt nur noch das in der Mitte. Waren wir ja doch relativ fix hier. Relativ fix hier? Ja. War ich hier auf dem Klo? Oh, das will doch keiner wissen, Mäno. Ich musste halt mal urinieren. Okay. Das verstehe ich natürlich. Weiß, danke. Wenigstens einer. Ja, okay. Ja. Wegmarke. Zwei. Nee. Oh, hier ist ein Banner. Für magisches Gespür. Na, nehmen wir doch einfach mal mit. Warum das ausgerechnet hier steht, weiß ich auch nicht, aber... Oh, ey, meine Stimme geht so langsam weg. So, ganz langsam. Ja, ich denke ich auch mal ein bisschen daran, dass du ein bisschen krank bist. Ja. Aber ich weiß jetzt nicht, wie viele Stunden ich schon wieder am Stück rede. Kenne ich, Cati. Nee, wenn du dann echt erkältet bist, ist das eigentlich scheiße. Ja, ich weiß. Aber sein lassen kann ich es ja auch nicht. Ich bin um... Zwei Uhr aus der Schule gekommen. Drei... Nee, dann hab ich nur Videos geguckt. Ähm... Um drei war ich beim Friseur. Äh, echt? Ich geh nächste Woche. Und dann hab ich es aufgenommen. Bis jetzt gerade eigentlich. Ja. Das ist schon manchmal... Soll ich dir mal lustige Geschichte erzählen? Ich war jetzt die Woche krankgeschrieben. Und dann bin ich heute um zwei, hab ich mich mit meiner Mutter verabredet. Auf unserer Einkaufsstraße dort, weil die was mit dem Handyvertrag hat und so weiter. Auf jeden Fall, ähm... Jetzt, wo ich krank bin, die Woche, ne, ist heute so richtig viel ausgefallen. Bei mir in der Schule. Das ist immer so. Oh, fällt das aus. Ja, ja. Aber dann, wenn du nicht da bist. Und auf jeden Fall lauf ich dann so los und dann seh ich dir meine ersten zwei Mitschüler. Ah, was machst denn du hier, bla bla bla. So, geh ich weiter. Zwei Minuten später, seh ich die nächste. Drei Minuten später, seh ich wieder zwei nächste. So, und der eine ist dann mit mir mitgegangen, weil der auch dahin musste in die Richtung. Oh, ich hab den so zugetextet, was mir so passiert ist die letzten Tage und so. Und der hat sich auch gedacht, alter, halt bestimmt einfach mal die Klappe oder so. Weil ich den einfach nur zugetextet habe, ich hab gesagt, es tut mir so leid, aber ich muss jetzt erstmal meine sozialen Kontakte wieder pflegen. Und ich hab so viel zu erzählen. Er hat doch nicht gesagt, ist in Ordnung. Brain AFK, einfach mal ein bisschen zugehört. Ja, es ist ja auch so in etwa. Er tat mir schon leid heute, ich hab den echt so zugetextet den ganzen Weg lang, bis dann meine Mama kam. Und dann hab ich die weiter zugetextet. Er wird es verstehen. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Was fehlt mir jetzt noch? Einer Aussichtspunkt, einer Aussichtspunkt haben wir da. Na, das sieht ja auch cool aus irgendwie. Wir können uns nochmal so einen Geschwindigkeitsboost holen. So, ein Aussichtspunkt fehlt mir noch. Warte mal, da muss ich mal mit dem Fahrstuhl nach unten. Mit dem wunderhübschen Wasserfahrstuhl. Und dann, der ist da oben. Wie komm ich da hoch? Hallo? Hallo? Hä? Ach nee, ich red mit mir selber. Ah. Ja. Mach ich manchmal. Muss ich doch mit dem Fahrstuhl nach oben wieder? Ja, scheint so. Ach ja, alles klar. Gut. Haben wir den doch gefunden. Da haben wir schon wieder ein weiteres Gebiet entdeckt. Von Tyria. Echt, hast du fertig? Ja. So, und mit dieser wunderschönen Aussicht, ihr kennt es ja, die benutze ich ja immer gerne, um das Ganze schön relaxed abzuschließen. Also, bis dahin, macht's gut und tschüss. Tschüss.